Wollen wir draus. Wart mal. Ich hab doch hier gerade sogar wen gesehen da. Äh, im Haupteingang. Warte, 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 warte. Guck grad wer zu. Double One Tap. Doch, die saßen da beide, das war ja das Witzige. Ich hatte eigentlich gehofft das wird ein Collateral, ne? Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Oh, warte mal. Der sitzt in der hinteren Ecke. Warte, warte. Ja, jetzt sitzt er direkt rechts an diesen komischen Tischen. Bitch, ist das. Oh, bei A oder bei B oder was? Bei W. Ah, ist direkt neben der Bombe. Bei A jetzt. Bei B. Direkt neben der Bombe, ich weiß alles nicht mal was. Ja, warte, warte, plantet. Warte, warte, warte. Schön. Oh, hinten rechts ist wer. Oh, und da hinten am Tresen. Da hinten am Tresen. Warte mal. Hab ihn. Dock down. Mute down. Ey, sind die behindert? Die drehen sich nicht um. Ah. Gäber bing. Okay. Ist bei mir. Ja, ich helfe dir. Ich halte den unten. Ich halte den unten. Ich halte den unten. Da war doch grad der. Lol. Ja, deswegen. Ein Gegner verbleibt. Ja gut, das war ein Brett. Das war ein Brett. LOL. Im, 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 im Freezer, im Freezer. Im Freezer. Ich hab ein List hier. Ich hab sie. Die ist rausrotatet. Scheiße. Der ist jetzt da in diesem kleinen Raum. Im Gefrierraum? Oder? Im Bad. Vorsicht. Der steht da noch. Der steht da noch. Wo da? Auf den Ping. Hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn da runtergezogen. Was? Nein, der kann dich von da sehen. Warum? Ich pieke mich, ich pieke mich. Nee, nee. Ich pieke da nicht. Bin doch nicht blöd. Läuft so um. Er läuft bestimmt oben am Fenster noch ein bisschen rum, ne? Mhm. Jetzt kommt er wieder zum Schluss, dann brauche ich hin. Mhm. Mach das. Er wirft. Weil mich hackt dran hat. Nee, Smoker, aber die hat verkackt. Die eine liegt. Der zweite ist da. Warte, er ist, er hat ihn, er ist gedroppt. Hab ihn. Kommt die im Norden? Wir haben aufgeschossen. Okay. Ah, ja. Oh, ich hab zwei gefickt, alter. Oh, bei mir. Bei mir irgendwo ist die Docapi oder so. Ja, hab sie. Oh, man. Das ist nicht für mich noch vor, man. Bitte. Nur noch einer vom eigenen Trot. Boah, jetzt bin ich echt alleine. Hm. Oh, fuck it. Oh, fuck it. Oh. Oh. Oh mein Gott. Einer Trotantriebe eliminiert. Der B-B-B. Ja, meinst du, wir den, äh. Verpiss dich. Meinst du, wir den verpiss dich. AAAAAAAAHHHHH! Ey, Tom, aber... Tom, aber der Sport ist doch so bekannt mit dem Schlitz. Was? Ja, hier. Hier ist der. Der B-B ist aufgegangen. Äh, ich glaub du, wo ist das, ne? Ja, ja. Ja, ja. Da ist die Ash. Ja, ich hab schon gemerkt. Ist verletzt. Ash. Pass auf, die ist aber ruhig. Was? Ruhig. Ruhig, 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 ruhig. Weiß, wer wo? Da auch. Geht mal in die Camps. Am Spot. Ne, vor dir, buddy. Ah, Mann, ja. Ist ein Glas. Boah, da hab ich nicht. Da reinkommt, ist er am Sack. Am Sack, ruhig. Ja, weil da ist jetzt meine... Simon mit der Zehn... Ab einen. Ja. Simon mit der Zehn-Kilometer-Shotgun. Ja, Fetty da am Fenster vorbeiläuft. Oh, da ist mir meine Frostmatte getreten irgendwo. Wow. Ist der auf dem Spot? Ist der auf dem Spot? Ja. Okay. Der hängt draußen. Ja, ich hab den, der meine Frostmatte ist. Hallo? Ja. Okay. Aber ich wurde entdeckt, das ist jetzt kacke. Einer kommt hoch. Wo ist denn die kacke? Was, Treppe? Von hinten, ne? Da, meinst du? Äh, ja. Okay. Scan steht direkt bevor. Oh, das ist jetzt gay. Safe gehen die jetzt rein. Ja. Da ist einer von Türen. Ja. Ist im Bereich da drin. Irgendwo ist... Der letzte ist einer zu meiner Frostmatte drin. Haha. Ein Martini. Nicht geschüttelt. Nur gerührt. Ich hab einen Kev, Alter. Oh, 13 AP noch. Scheiß drauf. Damit nutze ich jetzt die eine Ladung einfach. Ähm, was? Nö. Ähm. Nö. 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 Taiwan Large Beyoncé, die hat in den Mantis gemolkchen. Ich habe einfach den Boden aufgespeist. Du willst du mich verarschen? Nö. Du bist auch gar nicht interessiert. Nöö. Okay, ich bin... ematic German man leer unter diesen? Und n nö. Gut, det ι. Einer läuft hier runter? Wo ist hier runter? Lol... Also 5 ZU gult? Ja... Ähm, bei mir hier ist noch eine respective here Feest Ahora. Hier ist eine There di desse... Jo, das war abgestimmt und getimed, Tom. Wir haben das geplant. Äh, wir lassen ihn. Was, wo? Welchen? Achso. LOL Nein. Noch Ex. Den Raum sichern und den Nio Behälter schicken. Letzter Verseilung. Ja, ich hab die gemessert. LOL, LOL, der Jäger steckt bei mir in der Decke. Direkt an der Ecke ist einer. Hey, kommt sie. Karma, was? Ja. Sie nenne ich doch einfach Käpt'n Knorke. Nee, da ist es Kaczynski. Ah, Kawaira ist tot. Fuck. Ja, ich guck gerade. Äh, Tom, also ganz rechts hinter Mira Fenster ist clear. Nee, jetzt hab ich hier. Hier sitzt Aidsnadelboy, hier sitzt Aidsnadelboy. Da hinten sitzt Mira, warte mal, warte mal, seh ich Mira? Ja? Nee, nix von Aidsnadelboy. Loy, lo, lo, von wo, von wo, von wo? Ah. Oh, fuck. Alles gut, warte, lass mich, lass mich acen, lass mich acen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, ich hab einen, danke schön. Ich hab einfach durch die Wand geschossen. Ist da noch einer auf der Plattform, Julian? Nein, noch einer. Doch, da ist noch einer auf der Plattform. Ich hab ihn. Haha. Was geht denn jetzt ab? Ja, das war halt, der sind andere. Ja, Puls will hinten. Puls is going to peak the East. Hä? Wer's? What the? Hä? Äh, ich glaub, die haben Hacker. Ja. Bei, bei Julian, bei Julian um mir liegt ein toter Bandit mit C4. Ja, davor hab ich ja Schiss, dass er halt jetzt auf einmal dann auf dem Spot steht. Ja, nicht möglich, ne? Ja, ich teile schon mal Nadeln. Er ist tot, er hat mich getötet, ja, er teleportiert sich hinter mich. Was ist das denn für'n Scheiß? Naja, jetzt dreht sich, jetzt dreht sich, jetzt dreht sich, ich sag's euch. Ach, Junge. Junge, er steht doch einfach hinter mir. Guck dir, guck dir den Kinn. Holy shit. Da ist mein Platin rein, direkt weg. Typ alle, innerhalb von einer Sekunde oder so gefühlt. Oder von 10 Sekunden headshottet und sich... Oh, oh, oh. Was ist das denn für'n Scheiß? Ich glaub, er krepiert eigentlich. Dieser hinten ist Ella, ja. Oh Gott, wo, wo, wo? Weißt du, in Robidus, was muss denn sein? Alter, ich hab's noch Angst. Ich will ihn nachhören. Okay. Ich schieß jetzt die Cam aus. Ja. Ich lade mein Magazin! Ah! Der Maradier! Ja! Oh mein Gott. Ah! Wo, wo, wo! Der kommt immer wieder. Ich geh jetzt hier runter, ey. Der ist wahrscheinlich nicht zu Aaron. Oh mein Gott. Du bist jetzt beide Runden. Oh mein Gott. Nein! Der hat Aim-Bot. Ja er bringt das nicht. Ja ja. Ja war klar, dass er No-Scope schießt. Wow. Einmal so bei mir rangehen mit der Pistole. Krass. Warte, ich... Ich glaube das ist nichts, das ist nichts. Ja natürlich. Ich bin tot. Ich auch. Ich glaube der hat gesehen, was er gemacht hat. Mission gescheitert. Eigener Operator gefeiert. Ey das ist so traurig. Ey aber Lewin du hast ihn gehittet. Holy shit. Er ist jetzt zurück gerannt. Nein. Was ist denn jetzt passiert? Das war Nightspin 4 ja. Das war Nightspin 4 ja. Ja. Ja.